Ja, meine lieben Freunde und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Play Tricky Castle mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid. Im letzten Part haben wir ja eine Kommentatorin gehabt. Ihr erinnert euch bestimmt an Anastasia aka Anna Wehr. Ja, die ist jetzt nicht mehr da. Die hat sich entschieden abzureisen. Und ja, ich habe mich auch entschieden, dass ich heute deswegen auch jetzt so, ich hätte natürlich auch so drehen können, dass hier noch eine Folge dabei gewesen wäre. Ja, das habe ich aber tatsächlich nicht gemacht, weil ich dachte... Oh, das Ding ist im Arsch! Guckt euch an, es ist kaputt! Das finde ich ja auch interessant. Ich habe auch, wie ihr seht, und meinen kleinen Drachen. Ach, kommt schon, Leute! Jetzt muss ich erst wieder zurückrennen, ey, weil ich hier nicht hochgekommen bin. Die Fledermaus muss ich auch noch irgendwie holen, aber ich denke, ich mache jetzt erst einmal, gehe ich durch das Level durch und dann gehe ich zurück und hole mir die Fledermaus. Also, ich konnte es auch suchen. Perfekt. Wunderbar, dann gehen wir direkt ins nächste. Traffic Lights. What the fuck? Okay, ich muss mich beeilen. Autsch, hot! Wie zum Fick soll ich das machen? Leute, ich bin überfordert. Die Füße ist wieder umschneidend. Ich hoffe, die Füße, was ich auch nicht muss. Da werden muss ich auch noch sangen, schau ich auf mir. Die Wiese, die Füße, die füße, wenn ich zum Füße wieder lossehe, füße etwas aufeiert. Jetzt habe ich die eine übersehen. Na gut, egal Leute, dann gehen wir mal weiter. Eine Kiste. Das ist schön, Leute. Ja, was zum Fick war das denn? Okay. Okay, was muss ich hier machen? Hm. Ah. Hä? Okay, die Rätsel werden immer interessanter, Leute. Interesse. Okay, gut. Das war jetzt einfach... Oh mein Gott. Gut, das haben wir geschafft. Hm. Hm. Ah. Okay, das ist... Ach du Scheiße. Schalter. Sieben wir. Okay, warte. Der Pfeil zeigt in diese Richtung. Look closely. Ah. Ich verstehe. Und da warte mal kurz. Ich muss noch mal gucken kurz. Okay, die beiden oberen. Also der hier. Der und der. Und hier ist es nur einer. Äh, nur drei. Eins, zwei. Jawohl. Jawohl. Läuft doch heute wieder. Und wenn ihr übrigens keine weiteren Folgen verpassen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, favorisiert, liked und kommentiert. Aktiviert die Glocke, so verpasst ihr keine weiteren Videos. Invisible, unsichtbare Plattform. Oh. Tada. Oh. Das war einfach. Ähm. Ah. Da ist ein Stern. Den haben wir jetzt auch geholt. Das ist der fünfte. Das sieht aber zu verdächtig aus. Okay, nee, noch nicht. Gut. Und dann sind wir durch, würde ich sagen damit. Es sind nicht mehr viele Level. Wir sind jetzt, also so viel haben wir nicht mehr. You are hero. Ach so. Alles klar. Diesmal mit Doppelwechsel hier. Die Frage ist, wie wir das hier aufkriegen. Also irgendwie, ich sehe noch nicht, wie ich mit dem Geist hier weitermachen kann. Ähm. Ich müsste erstmal da hochkommen irgendwie. Ach Leute. Diese Rätsel, ey. Also, es ist echt so verzweifelt. Ich muss einen Hinweis mal schnell. Move text with your finger. Ja, das habe ich verstanden. Become a box and use it to get to the level. Never become a ghost and press the button. Become a hero. Oh. Das habe ich gar nicht gesehen. Nein. Na bitte. Geschafft. Find five different. Eins. Zwei. Ach so. Wenn ich einen entferne. Bin ich selber was? Spezielles? Ne. Leute. Seht ihr noch was? Also, irgendwas fehlt hier. Ne. 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 Ich sehe es nicht. Ne. Auf der leften Korn. das habe ich jetzt nicht gesehen da war jetzt nehme die fehler muss mit ja alles klar verpasst ich ab das ist so dreckig nein ist das grausam leute es ist einfach grausam so ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein follow da genau ein follow schon wieder ich bin wieder bei instagram lasst gerne ein like da und wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin haut rein macht's gut und tschüss so 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 so